Ich bin Nadine Ciftci, Content Creatorin und Wertebotschafterin bei German Dream und ich bin Jesidin und in den nächsten Wochen nehmen wir euch mit auf die Reise von unserem 10 Jahre Genozid. Vielen Dank, liebe Nadine, dass du bei uns bist, dass du mit uns bist und dass du mit dazu beiträgst, dass der Völkermord an unserer Religionsgemeinschaft eine Hörbarkeit und Sichtbarkeit bekommt, die es bis dato nie gab. Es geht darum, unsere Menschenrechtsorganisation, die auf der Asche des Völkermords entstanden ist, immer wieder ins Bewusstsein zu rücken, was Menschen mit Menschen machen. Am Beispiel der Jesiden, aber es betrifft natürlich nicht nur Jesiden, das wissen wir im Zeitalter von weltweiten Kriegen und Krisen, wo es wieder darum geht, wo jeder herkommt. Deswegen möchten wir euch mitnehmen in den nächsten Wochen. Es gibt sehr viel zu berichten von den Betroffenen selber. Es geht um Resilienz der Überlebenden, die sagen, wir sind Agents of Change. Kinder, die ich mit zehn Jahren gesehen habe, die mittlerweile junge Frauen sind, erwachsen sind, in ihren Bereichen sind und weiter kämpfen. Wir danken euch dafür, dass ihr uns dabei begleitet. Es gibt ein Dokumentarfilm, es gibt Veranstaltungen, es gibt Möglichkeiten auch der Hilfe und wir bitten euch darum, uns dabei zu unterstützen. Folgt gerne unseren Kanälen, das ist ein Gegend, das vergessen und wir stehen hier zusammen für unsere riesische Community und für viele andere.